Lieber Friedrich Leicht, lieber Bernd Sachsen, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich bedanke mich, dass ich zu Ihnen kommen darf als Oberbürgermeister. Mein Dienstwagen ist vor der Tür. Auch nur in der Rolle, für alle, die sowas nachhalten. Es ist, glaube ich, auch richtig, dass ein Oberbürgermeister da ist und mit dem Bürgermeister zusammen darüber nachdenkt mit Ihnen. Leicht hat das richtig angesprochen, welche Rolle spielen eigentlich diese Städte in unserem sehr überschaubaren Schleswig-Holstein? Welche Rolle haben wir für die Mobilisierung von Wachstum in Schleswig-Holstein, für die Organisation von neuen Kräften? Was brauchen wir aber auch vom Land, um Herausforderungen, von denen wir alleine vielleicht scheitern könnten, denen wir alleine nicht gerecht werden, um denen gerecht werden zu können, mit der Solidarität eines gesamten Landes? Wie müssen wir unsere Kräfte so aufbauen, dass wir, wenn wir auf 2030 schauen, Schleswig-Holstein nach vorne bringen, im Bund mit Lübeck und Kiel und nicht erleben, dass wir am Scheitern von Städten das Scheitern des gesamten Landes produzieren. Wir reden, wenn wir über unsere beiden Städte und ihre Umlandregionen nachdenken, Nachdenken über rund 600.000 Einwohnerinnen und Einwohner, also ein gutes Viertel, etwas weniger des gesamten Landes. Es ist in Schleswig-Holstein überraschend ungewöhnlich, über Zusammenarbeiten nachzudenken. Es ist überraschend ungewöhnlich, über Strukturveränderungen nachzudenken. Wir tun uns wahnsinnig schwer, Prozesse und diese Strukturen infrage zu stellen. Machtdebatten werden geführt anhand von solchen Strukturen, die, naja, spätes 19. Jahrhundert sind. Und an denen wir schon leiden in Schleswig-Holstein. Wir leiden an einer Kommunalstruktur, die Zusammenarbeit fast bestraft, jedenfalls politisch, und sie nicht belohnt. Und eine Kernaufgabe unserer beiden Städte wird sein, auch in den nächsten Jahren zu zeigen, dass Zusammenarbeit sich lohnt. Eine Kernaufgabe wird sein, vorzuleben der kommunalen Familie, aber auch dem Land, dass wir in der Lage sein werden, Verwaltung neu zu definieren, dass wir in der Lage sein werden, einen, wie ich glaube, revolutionären Prozess, den wir brauchen, jedenfalls, wenn wir auf 2030 schauen, in der Neudefinition öffentlicher Verwaltung zu zeigen, wie geht das eigentlich, eine Verwaltung wegzubekommen von Standorterledigungsverwaltung hin zu einer Aufgabenerledigungsverwaltung. Denn wenn wir darüber reden, dass Verwaltungen ihre doch immensen ökonomischen, ihre immense ökonomische Kraft, die sie haben, stärker in die Wachstumsfelder unseres Landes steckt, dann müssen wir sie natürlich irgendwo herholen. Wir müssen sie aus unseren inneren Verwaltungen, aus den inneren Verwaltungsstrukturen umleiten in Wachstumsfelder. Das wird uns aber nicht gelingen, wenn wir weiterhin Standortverwaltung bleiben, die sich 40, 50 Mal im Land immer wieder abbilden und immer wieder dasselbe tun, ohne dass sie redundante Rückgratorganisationen bilden, in denen einmal für Schleswig-Holstein an einem Ort etwas erledigt wird, auf das wir dann komplett zurückgreifen, Kompetenzen bündeln und an anderen Orten was anderes machen. Diese Form von neuer Organisation wird zwangsläufig notwendig sein, wenn wir in Schleswig-Holstein öffentliche Verwaltung kleiner machen wollen. Wir müssen sie kleiner machen, wir müssen sie deutlich kleiner machen, zumindest da, meine Damen und Herren, wo sie sich mit sich selber beschäftigt. Wir müssen sie wahrscheinlich größer machen. Da, wo sie sich mit Menschen beschäftigt, da, wo sie sich mit Bildung beschäftigt, da, wo sie sich mit Freisetzung von Kräften in der Bevölkerung beschäftigt, wo wir heute Gefahr laufen, ganz viel Potenzial zu verlieren. Wir haben eine Fehlverteilung in der personellen Struktur und damit auch in der ökonomischen Kraft unserer Verwaltungen. Und wir erleben, dass wir sind in Diskussionen, wie machen wir unsere Personalverwaltung, wie machen wir unsere Rechnungsprüfungsverwaltung, wie machen wir unsere Finanzverwaltung, wie machen wir unsere IT-Verwaltung. Warum nutzen wir nicht denkbare Redundanzen im System, sondern erfinden alle alles neu. Wir haben mit Hamburg, ich habe heute gerade weitere Verhandlungen geführt, bei der Zusammenarbeit mit D115, das kennen Sie, also ein bundesweites System, sich im Callcenter-Verbund zusammenzuschließen, egal wo Sie sind in Deutschland, Sie wählen 115, erreichen öffentliche Hand in Toto und Sie kriegen Ihre Frage beantwortet. Und wir machen zusammen mit der Hamburger Verwaltung, wir als Landeshauptstadt, mit dem Land, ein Modellversuch, dass die Hamburger das für Kiel mitmachen. Durchaus argwöhnisch von der Landesregierung betrachtet, ob man das denn darf, als Stadt mit einem Land. Wir haben uns mit einem Modellversuch zumindest mal auf den Weg gemacht und wir glauben, dass wir solche Versuche viel, viel stärker haben müssen in der nahen Zukunft. Dinge gemeinsam zu machen, Dinge gemeinsam zu erledigen, da werden wir als Kommunen eine ganz große Herausforderung und eine Aufgabe haben, die eine Zeit braucht, weil das dahinterstehende Personal, das wir versuchen umzulenken, aber auch abzubauen in den zentralen Prozessen, uns ja nicht ad hoc verlässt, sondern das wird Übergangsprozesse sein, das wird auch Anlaufkosten produzieren, die wir gemeinsam tragen müssen, um an die Renditen heranzukommen, aber auf den Weg werden wir uns machen. Wir erleben das in Lübeck genauso wie in Kiel, da wo wir es mit dem Umland versuchen, wie schwierig das ist. Ich lege gerade zusammen oder versuche zusammenzulegen in meiner Stadt die Volkshochschulen von Kronshagen, von Altenholz und von Kiel. Die Debatten im Hauptausschuss in Kronshagen sind nicht leicht. Die drehen sich dann um die Frage, welches Wappen steht auf dem Programm. Und wenn das falsche Wappen draufsteht, dann scheitert sowas auch gern schon mal. Also schnell als Oberbürgermeister angerufen sagen, da muss nicht das Kieler Wappen draufstehen. Da muss es nicht draufstehen, wenn wir dann zusammenarbeiten wollen. Aber das sind die wahren großen Probleme von Zusammenarbeiten, die wir miteinander haben. Wir werden das schaffen, wenn wir denn verstehen miteinander, wie öffentliche Verwaltung in Zukunft sein soll, wie öffentliche Hand in Zukunft sein soll. Was Städte, wenn sie denn Wachstumskräfte freisetzen wollen, was sie leisten können müssen. Wenn wir zum Beispiel leisten müssen, regionale Berufsbildungszentren aufzubauen. Wir versuchen in Kiel gerade, unsere wirklich maroden Berufsschulen komplett zu erneuern. Das ist ein Investitionsprojekt von 100 Millionen Euro in den nächsten Jahrzehnten, zu dem wir eigentlich nicht in der Lage sind. Zu dem wir aufgrund unserer eigenen haushalterischen Kraft nicht in der Lage sind. Wenn ich dieses Projekt aber nicht angehe, dann wird meine IHK, dann werden meine Handwerksunternehmen irgendwann sagen, wir finden bei euch keine ausreichend qualifizierten jungen Menschen mehr. Ihr seid so unattraktiv mit diesen rotten Schulen, die kommen gar nicht mehr zu uns, weil sie da nicht zur Schule gehen wollen. Für dieses Projekt brauche ich Kraft. Wie bekommen wir in Zeiten, in denen wir über Konsolidierung reden, parallel ein Pfad von Investitionsdebatte in unsere politische Diskussion. Es passt nämlich nicht zeitgleich rein. Das erleben Sie an allen Konsolidierungsdiskussionen in den öffentlichen Haushalten, die Sie verfolgen. Sie konzentrieren sich im Kern aufs Kürzen. Und da sagen wir, ja, das sind ganz mutige Sparpakete, die zum Beispiel diese Landesregierung vorschlägt. Aber der Mut, wenn er denn allein darin besteht, manchen etwas wegzunehmen, ohne eine strukturelle Antwort zu haben, auf was für ein Ziel baut dieser Mut eigentlich auf? Wo will er eigentlich hin, dieser Mut? Was sind denn die Wachstumskräfte dieses Landes, die der Mut dann füllen soll? Da fehlen uns die Antworten im Land, da fehlen uns auch die Antworten in unseren Städten. Getrieben auch durch Kommunalaufsichten, die sagen, ihr dürft heute eben gerade nicht investieren in Sozialpädagogen, die in Meuslingen oder bei mir in Kiergaden Problembereiche mal versuchen aufzugreifen. Die es möglich machen, in meiner Stadt 100 Millionen Euro allein am Ostufer in einer Region von 25.000 Einwohnern im Jahr an Sozialtransferkosten nicht für Wachstum, sondern für die Stabilisierung einer sozialen Struktur zu verwenden. 100 Millionen Euro öffentliche Mittel jedes Jahr, ziemlich stabil über die letzten Jahre, verwandt für die Struktur von sozialer Situation, wie wir sie vorfinden. Die aufzubrechen als Aufgabe kommunaler Politik wird nur funktionieren, wenn es uns gelingt, dort Bildungsinvestitionen vor Ort zu bringen, das aber auch 10, 15, 20 Jahre lang zwei Generationen wahrscheinlich durchzuhalten, um ein Unterbrechen von Sozialhilfekarrieren möglich zu machen. Also wir werden auch miteinander lernen in unserer kommunalen Welt, dass es einen Bogen gibt von Sozialpolitik und Infrastrukturpolitik, der nicht ganz den typischen Denkmustern von Politikansätzen folgt. Wirtschaftspolitik wird nur funktionieren, wenn wir aus den Städten, die wir haben, alles an Bildungspotenzial herausholen. Ich verliere in Kiel, das ist hier nicht anders, 95, 90 Prozent meiner Hauptschulabsolventen im Übergang von Hauptschule in eine Ausbildung, weil sie nicht ausbildungsfähig sind. Zehn Prozent eines Ausbildungsjahrganges kommt nicht mal in einen Hauptschulabschluss. Das in einer Zeit, wo Schleswig-Holstein bis 2025 45.000 Einwohner weniger hat, 55.000 weniger Erwerbspersonal, ist die dramatisch gefährliche Aussage über unser Land. Wir haben weniger Menschen und wir heben nicht das gesamte Bildungspotenzial. Und dann überlagern wir es noch mit wahnsinnigen Transferkosten. Das miteinander aufzubrechen, das kann, glaube ich, nur kommunal passieren. Da werden die Städte, als die Orte, Kiel wird bis 2025 noch einer der wenigen mit dem Hamburger Umland sein, die wachsen werden nach der heutigen Bevölkerungsprognose Landesregierung. Da werden die Städte Vorbildcharakter haben. Und wenn wir dieser Aufgabe nicht gerecht werden, diese Sozialkarrieren zu unterbrechen, Bildungsangebote zu machen, die jungen Leute so auszubilden, dass die Unternehmen in den Kammern auf ein vernünftiges Potenzial von jungen Fachkräften zurückgreifen, dann wird Schleswig-Holstein keine Chance haben. Wenn wir es leisten, wenn wir uns auf dieses Ziel hin konsolidieren, wenn wir auf dieses Ziel hin Verwaltung umbauen, die Kernverwaltung kleiner machen und die Bildungs, nicht die Sozialverwaltung, die Bildungsverwaltung stärken, mit dem Ziel, dort anzukommen, wo eine gebildete Gesellschaft hingehört, dann wird diese Region als Brückenkopf nach Mecklenburg, als Brückenkopf nach Skandinavien, als Teil zwischen zwei Metropolregionen, als Gürtel zwischen diesen beiden Metropolregionen, der sie zusammenbindet, 2030 das sein, was ich mir von Schleswig-Holstein vorstelle, die nordeuropäische Wachstumsregion, die verstanden hat, dass sie als europäische Region aufzutreten hat, die nicht eine Randregion von Deutschland ist, sondern die neue, erste, große europäische Wachstumsregion, die die Impulse aus Hamburg holt, die Impulse aus Kopenhagen holt, die Impulse aus Schweden holt und die übrigens einen großen Vorteil hat in ihren Städten gegenüber Hamburg und Berlin. Wir werden Städte sein, die 2030 noch funktionieren. Wir werden Städte sein, in einer Größenordnung, die sozialen Frieden noch organisieren können. Und wir werden Orte sein, wo Eliten auch leben wollen, weil Eliten erleben, dass wir sozialen Frieden in unseren Städten sicherstellen. Das sind Aufgaben, vor denen wir stehen, über die es sich lohnt zu diskutieren und vor denen wir auch keine Angst haben müssen. Wir müssen nur aufhören, Schleswig-Holstein permanent so zu tun, als scheitern wir an diesen Herausforderungen. Wir müssen sie angehen. Und mein Eindruck ist, ich hatte heute Morgen, heute ist mein Lübecker Tag, Gelegenheit mit der Handwerkskammer Lübeck im Berufsbildungszentrum in Kiel über deren Aufgaben und Arbeiten zu reden. Ich glaube, die Zusammenarbeit zwischen Lübeck und Kiel ist auf einem guten Weg. Wir haben die Ideen und bei Sachse trägt das jetzt weiter fort. Vielen Dank. Vielen Dank.